Warte, warte, stopp! Was? Wir müssen meine Familie rausholen. Ja, ich weiß, aber... Wie sehe ich aus? Was? Ich denke ganz okay, ich weiß nicht, was das soll. Du denkst? Du denkst? Deine Mom ist da drin! Ich glaub's einfach nicht. Also würdest du sagen, dass ich toll aussehe oder ganz, ganz toll... Ich hab keine Lust, darauf zu antworten. Los, alle verschwinden! Wieso bewegt sich hier niemand? Wieso sollen wir verschwinden? Ähm, ähm, B... Weil... Ihr... Alle... Gefahr seid! Wieso denn? Tja, ähm... Ihr lauft nämlich Gefahr, ein Wochenende im Hotel Stains zu verpassen. Das war's! Das glaub ich ja nicht! Und mein Boss bezahlt euch ne Suite. Wann, ihr? Das ist doch super toll! Und zwar mit Gartenblick. Ah, na, das ist doch toll! Ganz großartig! Ja, ja, genau, dann wollen wir mal los! Okay, alles in Südostates! Hey! Und beeilt euch! Hey, wieso geht ihr denn jetzt nicht raus? Wir müssen packen! Ihr habt keine Zeit zum Packen, ihr müsst jetzt weg! Ach, doch, doch, ist echt ne super Idee! Ihr müsst packen! Okay! Ähm, ich nehm den vorderen! Okay, ich nehm den hinteren! Okay, Kumpel! Hör mal! Kerle wie dich esse ich zum... Au! Alles okay, Kid? Ist nur nicht so leicht, ohne meine Super... Kräfte! Hey, ich hab was für dich! Henry! Ab in den Kühlschrank mit dem Kerl! Ah, das ist witzig! Ach, wo ist denn meine Zahnbürste? Äh, vielleicht im Badezimmer? Hm! Ah! Ah! Gib mir ne Sekunde! Hey, Jasper, jetzt komm doch runter! Ja, ich komm gleich! Was hast du für ein Problem? Dass es viel höher ist, als ich dachte! Dann kletter jetzt mal runter und geh einfach durch die Tür! Nein, ich will einen Superheldenauftritt wie Henry! Jasper, du kletterst jetzt runter und suchst mit mir die Biene! Na gut! Jasper! Ich wollte nicht so reinplatzen, sorry! Und bist du stolz? Oh ja, ja, das bin ich! Wir suchen jetzt die Biene und gehen wieder! Hätte ich das fangen müssen? Ja! Entschuldige, wir haben ja zwei Gläser! Ist das die Biene, die wir suchen? Ja, ich denk schon! Gib mir das Glas! Wow! Wow! Das ist doch ein Tatort! Was wollt ihr beide denn hier? Oh, äh... Äh, wir sind Reporter! Wir müssen für die Highschool Berichte schreiben! Okay, für mich! Hört mal! Ich mach jetzt ne Pause! Aber die Jungs vom Labor kommen gleich! Also, wenn ihr was angefasst habt, werft es weg! Denn das ist dann leider nicht mehr zu gebrauchen! So sollte man aber nicht mit Beweisen umgehen! Also, ich mach das so! Jasper, hast du die Biene schon? Ah, ja, ja, gleich! Willst du mich verarschen? Ich dachte, das würde funktionieren! Du wirfst mit nem Glas nach der Biene? Ja? Hast du noch mehr Gläser? Nein, leider nicht! Oh nein, jetzt ist sie auf mich böse! Hey, lass mich los! Das geht nicht, weil sie meine Angst spürt! Ah! Hey, sieh mich an! Sieh mich an! Du bist das Glas, okay? Was ist das? Komm!